Halli, Hallöchen, Puppöchen, wie geht's euch? Wir sind hier auf Part 1, ja, Part 1. The part of, ne? The part of party people. Den würde ich auch gerne mal gleich einen verpassen, aber, äh, ja. Müssen wir mal schauen, ob was so dann auch hinkriegen. So wie ich mir das so vorstelle. So. Das abgelenkte Böse war, nun ja, abgelenkt. Es versuchte sich wieder zu konzentrieren und machte sich daran, die Runensockel für die Steine der Endlichkeit auszugraben. Stimmt, es ist Zahltag. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenbau angegraben. Och, nicht ein Spinnenbaum, äh, Bau, Baum. Spinnenbaum, ja. Oh, die können, können gerade nicht heilen. Ey, wo kommt die denn jetzt her? Boah, wie fies. Ja, ja, eine Kreatur ist gestorben. Talia, mach doch mal was. Das gibt's doch nicht. Du bist ja jetzt immun. Dann haben wir jetzt wieder so einen blöden Spinnenbau hier. Ah, gibt's auch nicht. Wo kommen die denn jetzt her? Ich wünschte, es gäbe einen Geschwindigkeitsboost oder etwas in der Art. Ach, Wendt, es gibt dafür ja genau diesen Stein der Endlichkeit. Willkommen bei der Endlichkeit. Ey, der darf nicht hochheilen, ey. Was gibt's doch nicht. Die schießt mit Bierfässern. Was gibt's doch nicht. Wir konzentrieren uns jetzt erst mal nur auf dieses blöde, blöde Taverne. Ja, ist mir jetzt gerade egal. Oder? Warte mal. Jetzt kümmere ich mich auch darum. So. Das gibt's doch nicht. Die, 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 die. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja. Ist ja eigentlich nix Neues, ne? Ach, jetzt kann ich, kann ich nicht zaubern? Ne, kann ich nicht. Shit. Schade. Sowas aber auch. Oh. Na, ja, das ist das Selbstmordkommando da hinten, ja. So. Ich brauch noch mal ein paar Türen, ey. Zahltag. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Ja gut, das war jetzt nicht so, äh... So überraschend. Das war jetzt nicht überraschend. Achso. Ich sieh ja gar nix mehr. Oh, äh, ich glaub, die Spinnen haben Verstärkung gerufen. Das ist jetzt... Ui. Das ist jetzt aber auch nicht so gut, ne? Im Dungeon wird gekämpft. Ne, echt? Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Der Tempel-Trouble-Express für Kinder war auf dem Weg. War es wirklich böse, wenn man diesen vernichtete? Fraglich. Aber dennoch würde es Bösartigkeit einbringen. Ind. Darum geht's ja. Wir wollen ja böse Dinge tun. Oh, Gott sei Dank. Ich hab' ich da. Oh, Gott sei Dank. Nicht-Runen-Steine. Da war die Kreativität. Da war ganz arg am Arbeiten. Das wildknöpfe-drückende Böse konnte nun den ersten Stein der Endlichkeit in einem Runen-Sockel platzieren, um dessen Kräfte freizusetzen. Ein einmal platzierter Stein konnte nicht mehr entfernt werden. Okay, also wichtig, genau den Bonus abgreifen, den wir jetzt unbedingt brauchen. Puh, strategische Entscheidung. Ich bin ja mehr eine Kopf-durch-die-Wand-Person. Naja, also einfach das Erstbeste und weiter geht's. Okay. Fynn been. Das war's. Der erste Stein der Endlichkeit war platziert und begann im Runensockel zu strahlen. Wunderbar. Dann weiter geht's. Ich hab noch etwas Wichtiges vor. Wieso? Hast du noch einen Termin? Na, hopp. Hallo? Anos? Hopp. Schwerf, den hinterwand. Der sagenumwobene Stein der Geschwindigkeit hatte nun seine ganze Macht entfaltet. Von nun an konnte das absolute Böse diesen nutzen, um seine Kreaturen noch schneller werden zu lassen. Oh, oh. Wollt ihr mich verarschen? Äh, ja. Zack. So. Was? Warum? Ich hab so das Gefühl, dass, äh, da wahrscheinlich noch einige mehr, äh, gleich, äh... Ah, ja. So. Gib alles. Ähm... Oh, wir haben noch gar keinen. Na ja, gut. Feinde haben den Dungeon beträgt. Bitte nicht. Warum? Hab ich gar keinen... Ja, ja, ja. Ableben. Ableben verkleinert. Oh. Das den Dungeon umgrabende Böse hatte ein Artefakt entdeckt. Was? Oh. Ich brauche erstmal Kohle, ey. Also wohin? Hä? Alter. Eure Schnodderlinge haben einen Spinnenbau angegelt. Ach, hör doch mal auf, ich hatte sie mit Spinnenbau, Mann. Und sie stirbt direkt. Ich komme wieder. Alter, wo sind meine... Meine ganze Armee ist ausgelöscht worden. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, wo sind meine Armeen, das? Also das ist ja mal... Das gibt's doch nicht. Eine eurer Kreaturen hat das Zeitliche gesegnet. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich wollte mich verheißen. Ah, 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 albern. Ich hätte jetzt beinahe fast das falsche Wort gesagt. Das Boni an sich reißende Böse hatte ein Artefakt eingelagert, um dessen Kräfte zu entfesseln. Ja, dafür müsste man jetzt auch irgendwie mal Boni-mäßig weiterkommen, ne? Also Boni-mäßig habe ich keine Kohle gleich mehr. Die Macht dieses Steins der Endlichkeit beschleuligte die Kreaturen des Flotten Bösen. Es ist mir egal, ob Zeitag ist. Hier wird nichts bezahlt. Wartet hier. Wie gesagt, er wartet hier. Ja, sag nur mal was Neues, was... 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 was ich nicht habe. Ich verliere die ganze Zeit nur irgendwelche Einheiten. Das gibt's gar nicht. So viele Einheiten kann man gar nicht verlieren. Ach, ist sie schon wieder tot, oder was? Talia! Ja, ich glaube... Mein Trollweil wird angegriffen. Ja, Mann! Ich habe keine Kohle mehr. Okay, ich glaube... Ich glaube... Ja, ich glaube, das war's mit uns. Ich glaube, wir starten das Level nochmal neu. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Äh!